Also man kann jetzt wirklich sagen, das Wasser steigt hier minütlich. Und es ist nun wieder leicht am Regnen. Aber da bin ich mal gespannt, ob die Leute die Mülltonne wegtun oder ob die weggeschwemmt wird. Das Wasser ist wieder gestiegen. 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 Das Wasser steigt weiter. Und es ist bisher nicht abzusehen, wie lange es noch steigen soll. Die Mülltonne hier vorne wurde also weggerollt. Das Wasser ist wieder gestiegen. 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 Ja, das fand ich. Ist tot drauf, ne? Denk mir an die Rede. Denk schon wieder an die Klöpfle. Denk schon wieder an die Rede. Oh. So weit ist er schon wieder gestiegen hier. Das heißt, er steigt und steigt. Ca. 10 cm in der Stunde. Und da oben ist der Halbmond. Jawohl. So, jetzt haben wir einen neuen Tag. Und Wasser ist weiter gestiegen. Unter uns steht das Wasser unten schon auch auf dem Keller. So. So.